Welcome back ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gebe ich euch 5 Tipps gegen Schweißflecken mit auf den Weg. So Leute, ich bin gestern von Berlin zurück nach Stuttgart geflogen und wenn du vom Flughafen halt abgeholt wirst, ja, also von der Maschine, vom Flugzeug, dann wirst du noch mit einem Bus zum Terminal gefahren. Ja, und dann ist es halt auch manchmal relativ eng im Bus, ja, es war auch relativ warm und ich stehe dann so im Bus angelehnt am Fenster und so ein Typ neben mir macht dann diesen hier, um sich festzuhalten, ja, und ich habe gedacht, mich trifft ein Schlag, ja, meine Zehennägel sind hochgeklappt, ey, ich habe gedacht, was ist das denn? A, hatte der so einen Busch unter den Achseln, B, hat er so einen Teller drunter gehabt, der hat so ein T-Shirt gehabt, da konnte man reinschauen, hat er so einen Teller unter dem T-Shirt gehabt und C, hat das gemockt bis nach Holland. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ein Video zu machen, Tipps gegen Schweißflecken, in der Hoffnung, dass dieser Typ, ja, der da neben mir im Bus stand, dieses Video sieht. Also, starten wir mit Tipp Nummer 1, die richtige Kleidung. Schweißflecken sieht man besonders stark auf heller Kleidung, ja, also ich würde jetzt zum Beispiel an warmen Sommertagen dir nicht empfehlen, irgendwie ein hellblaues Shirt oder ein hellgraues Shirt anzuziehen oder so ein hellblaues Businesshemd, darunter sieht man halt Schweißflecken extrem schnell. Wenn es wirklich super heiß ist draußen, dann kann ich dir nur empfehlen, so ein schwarzes T-Shirt anzuziehen, die ich jetzt zum Beispiel anhabe oder ein dunkelblaues Hemd, wenn du zum Beispiel jetzt ein Versicherungskaufmann bist und immer Hemd tragen musst oder ein Bankkaufmann, dann würde ich dir vorschlagen, halt eher dunklere Hemden zu tragen, anstatt hellere Hemden zu tragen. Also an heißen Sommertagen helle Kleidung eher vermeiden und eher dunklere Kleidung tragen. Tipp Nummer 2, Antitranspirante. Ich denke mal, jeder von uns benutzt ein Deo, ja, aber Deo reicht meistens nicht aus. Deos enthalten hauptsächlich antibakterielle und geruchshemmende Wirkstoffe. Das bedeutet, die Bakterien, die den Schweiß zersetzen und dann den Geruch produzieren, die werden bestmöglich abgetötet. Im Gegensatz dazu wirken Antitranspirante schweißhemmend. Was bedeutet das? Wenn du zum Beispiel Antitranspirant benutzt, dann sind da meistens Aluminiumsalze drin oder andere Wirkstoffe, die die Schweißporen verstopfen. Das bedeutet, der Schweiß kann gar nicht mehr austreten. Also wenn du zum Beispiel Antitranspirant unter deinen Achseln verwendest, dann werden deine Schweißporen verstopft und diese Verstopfung führt halt dazu, dass gar kein Schweiß mehr rauskommt. Und Antitranspirante wirken bis zu 50% schweißhemmend. Also 50% deines Schweißes unter den Achseln zum Beispiel kommt dort an dieser Stelle gar nicht mehr raus. Was aber wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass der Schweiß, ja, der halt dementsprechend dort nicht rauskommt, an irgendeiner anderen Stelle aus deinem Körper wieder herauskommt. Ja, also das wird halt verstopft, aber der muss ja trotzdem raus irgendwie, ja. Das musst du an dieser Stelle beachten. Und es gibt verschiedenste Antitranspirante. Meine Freundin zum Beispiel nutzt das Antitranspirant von Sineo 5. Das gibt es auch in jedem Drogeriemarkt, beim Rossmann, beim Müller, überall. Einen Link zu diesem Antitranspirant packe ich auch mal in die Infobox rein. Ich persönlich habe auch mal ein Antitranspirant verwendet. Ähm, zwar nicht das von Sineo 5, ein ähnliches aber. Und ich muss persönlich sagen, das hat für mich irgendwie nicht so viel gebracht. Also klar, der Schweiß dort, absolut, ja, wird reduziert unter den Achseln. Aber, wie ich eben schon gesagt habe, der Schweiß bleibt im Körper und muss halt irgendwo anders raus. Ja, dann schwitzt er halt an anderen Stellen. Übel krass. Also musst du einfach mal ausprobieren, ob das für dich funktioniert. Ist auf jeden Fall eine gute Methode. Und du kannst Antitranspirante und Deodorants natürlich auch in Kombination verwenden. Allerdings gibt es da bei der Anwendung zwei, drei kleine Unterschiede. Tipp Nummer drei, richtige Ernährung. Leute, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr scharfe oder kalorienreiche Speisen esst, dann fangt ihr an zu schwitzen. Ja, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal eine Chili gegessen oder eine Chili reingebissen. Was passiert dann? Dein Körper wird warm und du fängst an zu schwitzen. Ist halt so. Also würde ich dir an Sommertagen empfehlen, scharfe oder kalorienreiche Speisen eher wegzulassen und einfach leichte Kost zu nehmen, wie zum Beispiel ein Hähnchenbrustsalat oder generell Salate. Ist an heißen Sommertagen einfacher, denn scharfe oder kalorienreiche Nahrung wird deinen Körper einfach erhitzen und dementsprechend kannst du leichter anfangen zu schwitzen. Und zudem natürlich viel Wasser trinken. Ist sowieso gesund, aber gerade an heißen Sommertagen viel, viel Wasser trinken. Lass auch am besten Kaffee oder Alkohol weg. Ja, ist sowieso ungesund. Aber gerade wenn du zum Beispiel Kaffee trinkst oder so ein Espresso trinkst, dann hast du vielleicht manchmal auch das Gefühl, dass dein Körper sich irgendwie so aufheizt. Und da würde ich dir auch empfehlen, das an heißen Sommertagen einfach wegzulassen, viel Wasser trinken und leichte Kost, dann bist du super bedient. Nummer 4. Unterhemden tragen. Ja Leute, ich weiß, ja, Unterhemden sind hart und cool. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und ich meine auch nicht, dass ihr so ein normales, stinknormales Unterhemd tragt unter einem weißen Hemd, ja, wie zum Beispiel jetzt hier auf diesem Bild zu sehen. Sowas meine ich absolut nicht. Sowas ist hart und cool, da gebe ich euch recht. Sowas auf gar keinen Fall machen. Mittlerweile gibt es nämlich so spezielle Business-Unterhemden und genau die meine ich. Ich meine nicht diese normalen Unterhemden, sondern diese speziell konzipierten Business-Unterhemden. Die sind zum einen nämlich super leicht zum Tragen, also vom Stoff her. Die nehmen gut deinen Schweiß auf und die scheinen kaum durch. Heißt, wenn du zum Beispiel ein weißes Hemd drüber ziehst, ja, dann kannst du die kaum sehen, bis gar nicht. Also bei manchen siehst du es vielleicht noch ganz minimal, aber bei manchen siehst du es gar nicht mehr. Und solche Business-Unterhemden meine ich. Schauen wir mal bei Uniqlo oder generell, lass dich irgendwo beraten. Ansonsten gibt es die auch bei Amazon. Link packe ich natürlich wie immer in die Infobox rein. Tipp Nummer 5. Antischweiß-Achselpads. Leute, ich habe immer gedacht, das sind so Damenbinden, die man sich einfach unter die Achseln klebt. Ja, ist aber nicht so. Ich habe mir die jetzt gekauft, gibt es übrigens in jedem Drogeriemarkt und kannst sie auch bei Amazon bestellen. Und diese Achselpads, die klebt man sich nicht einfach unter die Achseln, sondern man zieht sein T-Shirt auf links und klebt diese Achselpads genau an diese Stelle hin, wo deine Achseln sind. Ja, das Gute daran ist, dass man diese Achselpads A nicht sieht und die Achselpads saugen halt dein Schweiß auf, sodass halt keine Schweißflecken unter deinen Achseln entstehen. Super gut. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, wenn du dein T-Shirt dann anhast und ein relativ eng anliegendes T-Shirt hast, das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Du hast dann irgendwie das Gefühl, dass da was drunter ist. Ist aber nicht so schlimm. Und gerade an heißen Sommertagen, ja, kann ich dir empfehlen, mach das bitte. Oder wenn du einen Flug hast, ja, von Berlin nach Stuttgart und du weißt, du musst noch im Bus stehen und so machen, dann bitte nimm solche Achselpads. Kommen wir zum heutigen Shoutout. So, Grüße gehen raus an Benjamin Kurban. Benjamin, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein. Oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Nummer findest du wie immer in der Infobox. So, und wenn du jetzt jemanden kennst, ja, der extrem riecht oder extrem Achselschweiß hat, ja, dann teil gerne das Video mit ihm. Ich würde mich freuen, wenn ich euch in meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann und wünsche euch noch einen schönen Sommer. Haut rein, macht's gut, peace out.